Hier oben bist du... Ja, das stimmt. Das letzte Rainbow Video hatte 32 Aufrufe. Das ist ja vor 12, dann 16, dann 24, das schwankt immer so ein bisschen. Ähm, so... Ich bin sofort... Moment, Moment... Ja, ich penne hier gerade in eine Runde. Achso, das spannendste ist das Play ever. Ja. Der eine ist AFK, so gesehen. Der ist nicht mit dem Spiel, der andere ist am Pen. So. Ich, äh, koggle. Äh, Starbond... Grasblöcke, ne? Ja. Das sind, äh, Samen brauchst du dafür. Ja. Ernsthaft? Ja, Gras, Samen... Das sind auch die, die ich hier unten verbaut hab? Ich, Idiot. Was denn? Ich habe versehentlich mit dem Medicare genommen. Okay. Also muss erst... Ähm... Ich, Idiot. Anni, das ist kein Grasblöcke, das ist ein Sodblock. das sind alpinen biomen kriegen die alpinen biomen das heißt andere planeten das andere planeten ja ja das heißt alpine okay ich guck mal ich such weiter abwärts du suchst diese sohnblöcke wenn man die überhaupt hier irgendwo findet stand auch drauf was für planeten alpine biome ich schätze mal kannst du dich auch noch kurz googeln alpaka strukturen in alpine biome ja aber die muss ja auch irgendwelchen planeten sein die alpine biome planeten mit alpinen bion ja es ist ein forest desert luna alpine biome heißt das einfach das kann nicht sein es ist meistens immer also das ist du gesagt dass dieser alpinen biome die stehe normalerweise innerhalb des planeten dann ja solltet er vorsteht steht da alpinen statt forst würde dann bei alpinen stehen okay da stehst du ja wie komme ich denn da jetzt in die heran das geht ja gar nicht nein ich wollte da nicht hinweisen auch mal so kack aber früher konntest du genau sehen was dann da alles was es alles gibt geht jetzt hier gerade irgendwie nicht hier gibt es schon mal nicht das ist auch nicht temperierte sterne oder nicht temperierte sterne vielleicht auch oder ist ja guckert so snow tundra oder forest okay also k k k k k k ähm i will share your turn, back time to the good old days manche bis essen nicht einfach snowy auch, ne? snowy standes kommt beim nix von also forest, tundra und was war das letzte? ähm forest ja, forest, tundra und dann war noch ein drittes snow doch, snow ja, ok snow, snow, snow snow ich muss nochmal zurück ich hoffe, bei tundra ist es wahrscheinlich am wahrscheinlichsten denn ich bin grad bei tundra ich bin grad nicht auf dem Planeten, aber ich bin grad nicht auf dem Planeten ich bin nicht auf dem Planeten, aber Ich hab einen, was von dir gibt. Ja, ich bin ja gerade bei einem. Ja, ich möchte mich da jetzt auch mal drauf legen. Du musst dich extra hinfliegen. Okay, was gibt es hier? Schön, dass man die nicht näher ran suchen kann. Dann gehts schon wieder weiter. Wo ist denn hier dieses Maligen? Knuck Stronghold. Halt, Stopp, nicht so schnell. Du meinst, wir wissen schon, wo das ist? Ja, das wurde auch gesagt, das ist ein Computer. Also, die Adresse. Die Adresse ist in Daffy? Ja, das ist auch ein Daffy. Was war das hier? Ja. 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 Ja, super. Was sind das? Ich hab gerade versehen, ich hab komplett das Inventar resettet. Jetzt hab ich oben alles wieder einzeln einfügen. Ja, warum machst du denn sowas? Was? Was? Das macht ja Spaß, ne? Das macht ja Spaß, ne? Ja. 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 So. Ich geh mal zum Schiff. Okay, dann sag mir, wenn du bei dir auf dem Schiff bist. Ich hab einfach zuviel Kamin, der muss weg hier. Stimmt. Sollte mein Material vielleicht auch noch etwas dezimieren. Vor allem was den Weich angeht. Kleine doppelte Schriften hier vielleicht. Oh, ich hab neues Musikinstrument sehe ich gerade. Oh, ich hab neues Musikinstrument sehe ich gerade. Hm, ich auch. Machen wir wieder, noch mal irgendwann wieder eine Jam Session. Machen wir wieder eine Jam Session. Ja, können wir später mal machen. So. Ah ne, Monika haben wir schon leider. Ich hab so ne Overdrive Gitarre. Heißt sie so? Ja, heißt sie so. Ja, war noch nicht. Denkst du ich lüge? Aber da ist so. Ich mach ganz kurz. Hat sich, glaub ich, erledigt. Moment. Äh, was musst du jetzt kurz machen? Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Du musst was kurz machen, was sich erledigt hat. Ja, hat sich erledigt. Wie kurz muss das sein? Wie kurz muss das sein? Das hat sich doch erledigt. Aber wie kurz hätte das sein müssen? Ganz kurz. Ganz kurz, kurz. Ja, ähm. Ah, warte. Ich benutze es gerade mit dem Zaunschlapp, den ich jetzt gefunden hab. Aber, äh, es ist eine legendäre Waffe. Die packe ich dann wieder zurück. In den legendären Waffenschrank. Na, ich packe jetzt auch mal ein bisschen was weg. An Ausrüstung. Wenn ich auch gleich Platz habe. Okay. Ähm. Wo haben wir die Ex? Da sind sie. Alter, der Eis. Was ist das denn für eine Waffe? Du musst die Waffe mal testen. Vorsicht, was auch immer die macht. Geil. Welche Waffe macht mehr Schaden? Die macht 30 und die neue macht... Es schützt gar nichts drunter. Ich habe eine Blitzwaffe. Einige Blitzer. Letzte Blitz auf der Talga. So, ich bin nochmal kurz auf meinem Schiff. Einmal Sachen wegrollen. Das weg, das weg, das weg. Ich bin bereit. Was? Schön. Und du? Hast du mich irgendwie schon wegsehen? Wie soll ich das sehen, wenn ich jetzt auf meinem Schiff bin? Du bist doch grad... Hast doch grad beim sehen, mich hier... Ne, hab ich nicht. Weil ich unten durchgeflogen... Also von unten dann nach oben geflogen bin. Du warst dann außer meines Bildschirms. Ja, aber du siehst doch oben aus. Das ist doch auf der Map. Auf den Pfeilen. Wenn ich noch da bin. Ja, aber dann soll ich jetzt doch erkennen, dass du jetzt auf dem Schiff bist. Nein, nein. Wenn du einen Pfeil siehst, dann weißt du doch, dass ich nicht auf dem Schiff bin. Erst wenn ich den Ausrufe zeichne. Ja. Die Frage kam ja erst, an dem ich los bin. Ich habe aber nicht... Ich habe aber nicht davor geachtet, ob du noch da bist. Warum achst du ja auch nicht? Ja, ja, ja. Okay, ich bin bereit. Drei, zwei, eins. Und... Und... Sehr lange. Das ist ein weiter Weg. Ich bin da. Jo. Ah, das ist ein Tom War. Okay. Du weißt schon, dass wir nicht da herüber müssen, ne? Ja, egal. Ich wollte es vergessen. Mario! Komme! Weil du nicht? Was? Ja? Ja! Ich bin jetzt noch ein paar Worte, ich bin jetzt noch ein paar Worte. 8 Rebellion Da unten ist noch irgendwas Mario, wir müssen noch irgendwas verstecktes machen, wir müssen noch irgendein Zeichen aktivieren Ich habe keine Ahnung, das Problem Ich habe keine Ahnung, das Problem Ich habe keine Ahnung, das Spiel Bis zum nächsten Mal.